Mein Name ist Kevin Kader und ich bin Bierexperte bei Bier-Events. Ich bereite gerade das heutige Tasting vor. Wir haben ein Online-Tasting mit 20, 30 Personen. Ich bin gerade hier die Kamera am Aufstellen, nichts steht schon. Ich nehme euch heute Abend mal mit und zeige euch, wie es abläuft. Wir haben nur leichte Anklemme von Ziflusaromen und sie hat auf einmal festgestellt, dass sie Biere großartig findet und hat es vorher gar nicht so richtig gewusst anhand von Industriebieren. Die größte Veranstaltung, die wir hatten, war vor kurzem mit 660 Personen, 660 Teilnehmern. Da gab es ein ganzes Filmteam, einen Moderator, der uns unterstützt hat und auch die Fragen direkt an den Biersommelier gestellt hat, worauf wir dann reagieren konnten. Es gab sehr viele Interaktionen und war ein sehr schönes Event. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017